Hallo, hallo liebe Leute. Willkommen zu einer weiteren Runde. Fall... Gui. Nicht out. Zusammen mit Maudado und Mia. Hallo, hier ist Maudado. Ich will immer Fall Out sagen. Gibt's du das? Oh, ja das kenn ich. Das ist wie eine Atombombe. Alles tot. Ja, komm her du geile Blume. Wo bist du? Ich bin hier. Oh, du bist weit vorne? Ich bin richtig weit vorne. Komm, kipp mich her. Letzter Flipp. Nein, nein, nein. Ich werd wieder zurückgekickt. Kannst du den Trick hier schon? Einfach springen, hechten, hoch. Ja. Wie? Wo bist du denn jetzt so hoch? Du läufst ein Rollfeld hoch. Ja. Und schlüpfst am Ende ab und machst einen Hechtsprung. Ach, man muss gar nicht auf die Plattform. Man muss gar nicht auf die Plattform. Ja, das hat mir Zoffel gezeigt. Zoffel ist einfach nur krank. Aber das Gemeinde hat all die Tipps nur aus den Kommentaren. Ich hab gedacht, der recampt immer Reddit ab. Ich war ultra impressed. Aber der wird sich einfach von den Zuschauern beraten. Ja, sag ich dir. Der klaut alles. Was? Wie du vor mir bist? Was ist denn los bei dir? Ja klar, ich bin die Megablume. Hallo. Nein, lass mich bitte. Boah, Alter, geh weg. Warum bist du schon an einem Ziel? Hätte ich halt echt was bekommen. Tschüss. Tschüss. Ich bin schon in der Grab Meter angekommen. Ach recht. Die Sache in diesem Spiel ist, dass die Grab Meter wird kommen. Und das heißt, grabben oder gegrabbt werden. Und ich übe halt jetzt schon mal. Traust du dich auch bei den Kraxler auf diesem... Ja, beim Schleimkraxler trau ich mich immer. Ne, ich mein nicht am Ende. Ich mein wirklich auf diesen gelben... Ja, auf der Rolle auch. Da machst du das. Ja, ich übe derzeit. Ich bin nicht sonderlich gut, immer so, bis ich einmal runterfalle. Aber es wird immer besser. Aber ich hab gelesen, das soll man nicht machen, weil es gemein ist. Ja, ja, ich hab da auch schon einige Rages gesehen. Ich auch. Aber ich mach's nicht. Also ich hab da bisher... Das ist aber der Grund wegen den Rages, warum ich angefangen hab. Weil ich weiß nicht, wie man so wütend werden kann wegen Fallgeist. Und das find ich ultra lustig. Ja. Ich hab ja auch schon Leute gesehen, die sind wütend geworden, weil man sich angestrengt hat, ohne wen damit zu nerven. Hä, einfach weil man... Weil man... Keine Ahnung, bei dem Wendespiel nicht runtergefallen ist. Oder wie? Ja, bei dem Hexagon. Bei dem Wabenspiel. Hä? Weil man da irgendwie langsam hüpft. Weil man da langsam hüpft. Ach so, okay. Das war ein richtig virales Video. Guckt euch das an! Wie die alle immer die Spiele versauen, wenn die richtig spielen. Aber was wäre da die Alternative? Also mit Absicht runterspringen oder wie? Das versteh ich nicht. Oh, orange Kirsche. Komm zu mir. Eine Clementine Kirche. Ah ja. Das ist immer noch so witzig, oder? Ist das nicht eine Aringe? Ist das nicht eine Aringe? Eine Aringe? Eine Aringe heißt das hier. Eine Aringe? Ja. Und eine Kirche? Ja. Ich bin auf einer Kirche und ich geh auf eine Aringe drauf. Ist das eine Aringe? Hier ist eine Aringe. Ja gut. Oh Gott. Ich hab dich festgehalten. Hä, was warst du das? Das war der andere Held. Ich hab dich festgehalten. Mangio, Kirche, Rosine. Ah, Kirche, Merline. Kirche, Merline, Kursche. Mangio. Ich hab keine Ahnung. Ich merk mir nur Mangio und Kirche. Trauer Apfel. Trauer Apfel hab ich mir nur gemerkt. Trauer Apfel. War das hier richtig? Hier ist richtig. Hier ist richtig. Trauer. Ich wünsch dir die anderen hier in der Runde könnten mir zuhören. Ich wünsch dir, ich könnte es dann alle übertragen. Trauer, Apfel, Banane, Apfel, Melone. Okay, dann merk ich mir Orange, Mangio. Trauer, Banane, Apfel. Und, äh, ja, Orange, Mangio. Da hört mein Gehirn auf. Ich hab schon beides vergessen. Du hast mich jetzt durch den Glaber schon wieder... War da oben nicht Orange? Äh, hier anschein? Okay, ich geh hin. Hilfe! Oh Gott, da sind so viele runtergefallen. Klapp, das sind gerade richtig viele runtergepurzelt. Ich weiß. Also richtig viele. Und wir leben. Ja, weil wir so klug sind. Nicht weil wir abgeschrieben haben. Das war die schlechteste Memory-Runde, die ich je hatte. Hast du, hast du in der Schule abgeschrieben? Warst du so einer? Ich hab auch nie abgeschrieben. Aber ich hab auch nie abschreiben lassen. Doch hab ich wohl. Echt? Was laber ich? Ja, ich erinnere mich gerade dran. Achso, du warst von beides. Du hast abschreiben lassen oder du hast abgeschrieben? Ich hab auch abschreiben lassen. Beides. Okay, ja, ich war da komplett raus. Ein Geben und Nehmen. Nee, nee, nee. Da bin ich nicht dabei. Ich war immer ehrlich. Aber so im Nachhinein weiß ich gar nicht. Hat es eigentlich gar nichts gebracht, ehrlich zu sein. Ja, wohin hat dich das gebracht? Guck doch mal, wo du jetzt bist. Ich hätte auch gar nicht abschreiben können, weil ich das nicht getraut. Nee, ich kann nicht lesen. Ich kann nur schreiben. Das wär krass. Was? Ich wär dafür viel zu nervös gewesen, glaube ich. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, ich werde erwischt. Nee, ich weiß nicht. Ich hab immer noch Angst gehabt, wenn ich nichts hatte. Da hatte ich dann richtig Angst. Oh, das ist so klar. Nein, hör doch auf. Ja. Ich komme ja noch aus der alten Schule. Ja, warte. Hast du nur Abschreibgeschichte oder wie ist das? Nee, aber ich fand immer diese ganzen Gadgets cool, die im Fernsehen vorgestellt wurden. So unsichtbare Tinte und Sachen, die man einfach so kurz verstecken kann. So, in sogar die Neo-Videos. Genau, sowas. Warum hat der das denn jetzt bekommen? Leute, schreibt nicht ab, lernt's. Oh ja. Ich hab auch nie abgeschrieben, braucht man nicht. Aua. Pflanze wüten, Pflanze, Ringe springen. Ja, komm mal zu mir, Pflanze. Pflanze. Du brauchst keine mehr sammeln. Oh, du musst welche sammeln. Nee, ich sammle keine mehr. Doch, doch, hol mal. Ich seh dich. Hol mal einen goldenen, bitte. Ja, ich hol dir das erstmal. Ich hol das immer einen normalen. So einen normalen. Ich seh's. Oh, dann hol ich den da. Ach, dann hol ich halt den da. Ist nämlich meiner so. Okay, wir haben gewonnen. Haben wir. Weg mit den gelben. Wenn ihr zwei goldenen bekommen, dann sind wir raus. Nein, ich bin denen geplumpst. Oh, als ob. Oh, schön, der hat's bekommen. Boah, ist das knapp. Boah, ist das knapp. Guck mal da oben. Ist es? Die haben einen goldenen bekommen. Aber ich hab einen. Nein, ich war doch durch. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Easy. Alles gut. Oh, Sprungprobe. Achso, das neue Spiel. Jaaa, ja so neu auch nicht mehr. Nee. Aber ich hab's echt selten gehabt. Wenn wir am Ende nur noch zu dritt sind, dann halt ich eine andere fest. Okay. Das wär nett. Aber ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Und mit der andere bist du. Achso. Damit der andere, ja genau. Ja, aber hier kannst du auch richtig eklig erwischt werden, wenn die Plattform ungünstig runtergeht. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber es bleiben zwei Plattformen möglich. Das gerade sieht's auch gut aus. Jaaa. Okay, es sieht gut aus mit den Plattformen. Ja, die Taube, die Taube ist gemein, die Taube ist gemein. Komm schon, komm schon. Ja. Okay, die andere Plattform geht weg. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich wär's nett, wenn wir so uns aufteilen würden. Ja, jetzt hier in der Mitte bitte. Also ich könnte mich so distanzieren von dieser Taube. Ich werd festgehalten. Von der Taube? Nee. Oh nein, ich bleib hier, ich bleib hier. Es ist genau in der Mitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du's gesehen? Ja, ich war fast down. Und du, schau mal. Oh. Nein. Schuss. Ich bin drüben. Ich hab's geschafft. Komm. Komm, komm, komm. Nein, du bist tot. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Nee, vielleicht bleibt ja die hier. Oh nein. Nein, natürlich nicht. Es sind nochmal zwei. Ach, die zwei können unterschiedlich sein. Ich bin... Ich bin tot. Ich hab's... Ich weiß nicht wie, aber ich hab's überlebt. Du musst das schaffen. Auf der anderen Seite sind richtig viele mit mir runtergedroppt. Ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ja, ja, okay, okay. Ist das die letzten oder? Nee, da drüben sind noch andere. Nee, da drüben sind noch drei. Auf der anderen Seite sind drei. Drei Stück! Ja, ich achtmal auf die anderen. Okay, okay. Und gib dir Bescheid, wenn die weg sind. Ja, mach das. Die halten sich auch gegenseitig fest. Sie sabotieren sich. Oh ja, cool, cool, cool. Einer ist runter, drüben sind nur noch zwei. Ich seh's. Oh oh. Oh oh. Ja, hält der dich fest? Der hat mich gerade festgehalten, der Kranke. Bei den anderen sieht's gut aus, obwohl jetzt kommt ein ungünstiger für den. Ja, für mich auch. Die sind beide runter? Ja, ich hab's. Ich bin einfach... Ey, 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 ey. Da bin ich, da bin ich, guck mal meine Gäste. Dafür geb ich doch gerne ein Like. Jaaaa. Und ein Mikro in der Aule. Hattest du mal ne Memoryrunde, wie man sie von Reddit kennt? Wo ganz viele runterfallen? Nee. Hab ich auch nicht. Versteh auch nicht, wie das passiert. Ja, wenn halt irgendwie die Klumpen keiner hat aufgepasst. Einer stellt sich irgendwo hin, alle stellen sich dazu. Ja, aber kann man das nicht forcieren? Mit ner Gruppe? Ja, wenn man sich das merken kann. Ja. Wenn nicht ständig einer dazwischen reden würde, könnte ich das. Hallo? Was soll ich dazu sagen? Wenn du mich freundest, dann rede ich nicht mehr mit dir. Ah, okay. Uli soll man ignorieren, hat meine Mutter gesagt. Dann hören die irgendwann auf. Und haben sie aufgehört? Hab ich aufgehört? Nee. Ich hab dich nämlich hier. Komm her, komm her. Hä? Komm doch her. Okay, komm doch her. Nein, schiss, schiss, schiss. Nein, unfair. Ich bin weg. Wird einfach unfair spielt. Dich ignoriere ich ab jetzt. Er wartet nicht. Doch, doch, ich warte. Hier vorne, wenn's nicht mehr so hektisch ist. Komm. Er hat gemeint, wir werden befreundet, aber er wartet nicht. Doch, komm her. Komm, alter, beil dich mal. Oh Gott, ich geh rein, bevor ich's nicht schaff. Er wartet einfach nicht. Komm, doch, ich warte hier. Hallo. Komm, komm. Ich werd rein. Ey. Das war so knapp. Nee, ich glaub ich war der letzte. Was ist dein Haschspiel? Also jetzt aktuell so auf Platz eins. Fußball. Fußball. Ja klar, Fußball. Hä? Eier nicht. Nee, Fußball kommt jedes zweite Spiel. Ich hasse Fußball. Das ist so langweilig. Aber man gewinnt ja immer. Das ist das langweiligste Minispiel. Hey, ja bei Eier passiert ja wenigstens was. Und was machst du hier? Lässt du dich anstecken mit Absicht oder rennst du weg? Ich glaub ich mach ne neue Taktik. Ich bleib einfach stehen. Okay, ich seh dich. Du bist der Erste der angesteckt wurde. Nice. Perfekt. Steck mich mal an. Fass mich an. Komm, du schaffst das. Ich kann dich nicht anstecken. Ich weiß doch, komm. Ich will das, ich will das bitte. Ja komm mit. Ich steck hier so einen blauen an. Und dann lass du dich von dem anstecken. So, hab einen. Warte, ich halt einen fest. Ich hab einen fest. Hier, nimm den, nimm den, nimm den. Ja, ja, ich nehm den. Ja, ist weggerannt. Okay, ich hab ihn, er hat mich auch. Perfekt. Ach, ja. Dann geh ich jetzt mal in die Angreifergruppe. Wo ist da noch einer? Da sind zwei. Los auf der Hälfte. Hier ist keiner mehr auf der Hälfte. Zwei noch, zwei noch. Einer noch. Einer? Wir sehen auch nur noch einer. Bitte, bitte. Da, ich seh ihn auch da oben. Der Pirat. Der Pirat des... Ich seh ihn, wir werden's nicht schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, verlassen. Hör einfach raus. Ist nie passiert. Und... Despacito bl öğ… … tpt還有… ettes… определ까지… …toented… Aut год produziert… …t Silence… Ptu… ONG&b… render… …kilchu… …pénergie… Geh doch mal dahin. Ist doch spanisch, oder nicht? Und reiß da hin und sing das mal in der Öffentlichkeit. Mal gucken, was die Leute sagen. Im Superbad. Oh, ein Hacker. Oh, ein Hacker, ja. Das ist der erste Hacker, den ich, glaube ich, richtig fliegen sehe. Die kommen aus GTA rüber. Wie kann man bitte in diesem Spiel hacken? GTA verstehe ich ja noch irgendwie. Aber in diesem Spiel, was musst du für ein Lutscher sein? Ja, hell, für die Kronen. Ich brauche Kronen. Als wir privat gespielt haben, das haben wir jetzt, glaube ich, in einer seiner Folge eingeblendet, weil ich es aufgenommen hatte, da hatten wir einen Hacker im Fußball. Und der Hacker war halt im Wettner-Team und der ist hin und her geflitzt und hat einfach so drei Eigentore geschossen. What? Weil der sich nicht richtig kontrollieren konnte. Nice. Handicap. Oh Gott. Jetzt schwebt der einfach. Der schwebt einfach an der Stelle rum. Wo ist er? Ah, hinter mir. Da, ich sehe ihn schon. Ich sehe ihn. Ich fände mal Namen dafür ein. Dann kann man ihn vielleicht sogar reporten. Ah, er fliegt gerade, glaube ich, runter. Er ist im Dreck. Er ist im Dreck? Ja, er konnte sich nicht bewegen oder hat sich nicht bewegt. Ich bin mir sehr sicher, dass der das war. Einer noch? Ja. Qualifiziert. Auch wie ich den Hacker bekämpft habe am Anfang, ne? Sehr gut gemacht, dir. Ich habe seinen Controller kaputt gemacht. Was machen wir jetzt? Ja, wir rollen einfach nach vorne. Wir sind in der Mitte und hoffen, dass wir nicht ultra-geroastet werden. Ja, wenn man ganz schnell ist, dann ist das echt tippitoppo. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Also, das sieht echt gut aus. Wir sind einfach 10% weiter als die anderen. Andere Seite, rechts, 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 perfekt. Ey, wir kommen echt gut durch. Nein, wir kommen nicht. Jetzt vorbei. Ja, wir sind down. Das war's. Gelbes kam aber bei 30. Wir sind bei 50. Okay, okay. Was? Ich tue einfach durch. Der Roten da vorne, wenn unser... Oh. Ich presse. Halt du den Roten. Ich hebe ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, wir haben's. Wir haben's. Ja, okay. So, okay, Rot wollte uns sabotieren, wir zerstören das Leben von Rot. Ja, machen wir. Ich will das. Oh nein, wir werden gewinnen. Halt Rot auf! Wir lösen uns auf! Oh ja, Gelb hat's. Ja, Gelb hat's. Ja, Gelb ist drin. Ich war immer für Gelb. Ja! Verbindungsfehler. Du auch? Ja. Warum? Wegen dem Hacker? Ja, wahrscheinlich. Oh, ich seh dich. Also, ich bin hier. Lass mich in Ruhe! Ich hab dich! Bleib da! Ich wär fast umgekippt, du Kranker. Oh nein, aber du wirst den ersten Zyklus nicht erwischen, der doch. Oder? Klar. Ist ja hier, erster Zyklus. Oh nein, aber ich nicht. Ich nicht. Oh oh. Ja, ich hoffe, du bist raus. Das wär Karma. Das wär instant Karma. Oh Gott. Ah! Hilfe! Ich wurd getroffen. Ey, die Taube drückt mich grad so nach vorne. Ich werd nach hinten gedrückt. Du, du schaffst das jetzt, ne? Du bist jetzt keine Enttäuschung. Wo bist du? Schleihand! Schleihand! Ich blieb zieh! Puh! Puh! Ja, genau. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ja, weiß nicht mal. Ich weiß, wie ich aussah. Weil jeder ne Kackblume ist. Ja, weil die heute im Shop ist, aber die ist so süß. Okay, ich bin auf K. Machst du das mittlerweile? Was? Einfach abwarten? Ja, das war ernst gemeint. Das war voll vom Ernst gemeint. Ey, der soll... Warte, ich stell mich immer hier hin. Und dann, wenn jemand an mir vorbeiläuft mit Schweif, mach ich einfach nur rechts Schultertaste. Ja, warte, guck mal. Richtig ist AFK, wenn ich euch seh's. Als ob das geht. Ja, das funktioniert immer. Man steht AFK rum und... Hä? Sind die komplett durch? Ah, da kommt wer. Hab direkt einen. Ja, hab einen. Oh, oh. Oh, aua. Ich werd so zerberstet. Hilfe. Okay. Ich hab's. Oh nein. Nein, mir wurde mein Schwanz geklaut. Das ist gar nicht gut. Der hat den... Der hat den. Ich rutsche. Rot, rot, rot. Ich hab einen. Ich hab unseren Mate eingeklaut und abgegeben. Ich bin so in der Enttäuschung. Aber wir gewinnen. Wir haben sieben Schweife. Ich hab einen. Die anderen haben einen. Wir sind ein Megateam. Oh, Verlängerung. Wir fliegen. Wir fliegen jetzt. Pass auf. Ich seh's. Komm, ich seh's. Komm, ich seh das Böse. Okay, ich hab meinen noch. Ich hab einen Schweif. Oh, oh. Ich werd bedroht. Ich werd bedroht. Ich werd bedroht. Ich lauf hier hoch. Wir haben auch echt einige verloren. Ich hab meinen noch. Ich hab meinen noch. Ich hab meinen noch. Ich hab meinen noch. Ich hab meinen immer noch. Ich hab meinen immer noch. Oh. Wurde noch knapp. Da haben wir gecarried. Warum? Ich hab doch auch einen. Da haben wir gecarried. Da geht doch. Hui, da sind aber viele raus. So, und jetzt hätte ich sehr gerne... Schleim, 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 Schleim. LOL, da fliegt einer. Noch ein Hacker, ja. Wir haben aber schon wieder ein Hacker. Ja, geil. Ja, ein Hacker-Hacker. Das ist doch nicht wahr. Warum sie... Ah, da hinten. Yo, so ein gelber. Ich hoffe, er tropft mir Geld. Oh, das wär schön, ne? Wenn er ein bisschen Kronen droppen könnte. Ja, 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 ja. Ja, und jetzt werd ich hier wieder überholt, weil ich das einfach nicht verstehe. Du bist gesprungen, aber das ist trotzdem noch schnell. Das ist immer merkwürdig. Hä, ich bin... Wo ist der Hacker? Ich war erst da. Nein, 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 nein. Nein, 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 ich war erst da. Hä? Ist der dann vorbeigeflogen und irgendwie rausge... Weil der hatte sich ja auch irgendwie nicht unter Kontrolle. Nee, der respawner irgendwo oder hier haben wir... Oder? Das ist doch mit respawner... ...wohnen Punkte bestimmt. Ja, vielleicht checkt das Spiel, aber auch... Ja, eben. Vielleicht checkt das Spiel. Du kannst gar nicht raus. Du bist... Du kickt. Oh, das gibt mit leider einer Handkutscheat. Ich glaub, ich seh ihn. Der hat einen gelben Hut aufgehakt, aber ich glaub, er war auch allgemein gelb. Also entweder... Ja, ich seh zwei Stück, die darauf zutreffen. Es dürfte der oben rechts sein. Ja, wir sehen's ja gleich. So, aber lass jetzt mal wegrennen einfach. Einfach wegrennen, ihr Lieben. Ja, einfach nur wegrennen. Ich würd mich gar nicht zu sehen. Wo ist denn der Hacker? Ist der in unserem Team? Achso, ich bin der... Ich bin so ein Blindfisch, ne? Ich bin einfach der Erste, der infiziert war. Ich hab's gar nicht gepeilt. Okay, da ist einer. Hey, ah ne, Moment. Das ist der... Ja, können wir den mal nehmen. Danke. Hi, hab euch beide. Was für Trottel. Der hier steht auch einfach nur dumm rum. Da oben ist auch noch ne doofe Blume. Die hab ich auch. Ich überlebe einfach Ewigkeiten. Ja, ich hab schon echt viele geholt. Komm, und... Ja, ich hab ihn. Sehr schön. Da oben dürfte... Oder? Ja, da hinten seh ich einen. Das ist der Hacker! Nein! Der Hacker fliegt! Der schwebt. Der... Der schwebt. Nee, der schwebt neben... Ey, das... Ja, ausgeschieden wegen Hacker. Das... Das war's. Okay! Bewerte gerne den Part. Schaut auch in die Videobeschreibung. Da ist einiges verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dann! Bis dann!